Die lästern schon schön über mich, wie das halt so ist im großen Konzern. Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica, naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume. Hallo und willkommen zum nächsten Playthrough, Walkthrough, Komplettlösung. Das ist der letzte Prolog des Konzerners. Street Kid und Nomade findet ihr im Abschluss in der Endcard oder aber ihr klickt euch einfach mal eben durch Eurogamer Germany. Und wenn ihr wissen wollt, wie bestimmte Gesprächsabläufe in der Hauptmission mit einem Nomaden oder Street Kid verlaufen würden, müsst ihr mir das in den Kommentaren schreiben, denn ich werde jetzt nur noch mit dem Konzerner weitermachen nach diesem wunderbaren Prolog, der übrigens auch schon angefangen hat. Hier hatten wir ein kurzes Gespräch mit Jackie und vielleicht kam Elon Musk drin vor. Ich bin mir nicht ganz sicher. Für mich sah das nicht danach aus, aber das Internet sagt was anderes. Also lasst mich auch das wissen. So, wir machen jetzt weiter. Also theoretisch haben wir unseren Charakter erstellt. Wir haben gerade mit Jackie geredet. Als Konzerner kennt ihr Jackie nämlich schon. Der ist direkt euer Komplize. Und ihr startet in der Firma Arakasa. Arasaka. Auch hier so ein bisschen wie beim Nomaden könnt ihr, wir müssen jetzt zu Jenkins Büro, aber ihr könntet theoretisch hier mit vielen NPCs reden, sehr viel über die Firma schon mal erfahren, euch sehr viele Dinge anhören. Wie ihr seht, haben wir auch ein ganz, ganz anderes User-Interface als beim Nomaden und beim Streetkit. Wir haben die ganzen internen Daten bereits auf unserem, ja, in unserer BioWare installiert und haben Zugriff auf alle möglichen Daten. Wir sind auch ein sehr hohes Tier bei Arakasa. Und mal sehen, wie lange das so bleibt. Verdammt, wie? Du solltest schon vor einer Stunde hier sein. Ich zeigte er schnell die Arbeitsmoral und das natürliche... Ich wurde aufgehalten, bin aber gleich da. Scheiß Frankfurt. Das wird uns Erbener wie schön aufs Brot schmieren. Ah, muss er auflegen. Ich bin in meinem Büro. Und beeiligt. Der kaiserlich-japanischen Marine. Im Alter von 23 war er bereits zum Kapitänleutnant aufgestiegen. Mit 20 bestätigten Luftkampfsieb wird er für alle Zeiten als einer der... Der hat drei von uns erwischt. Das hier ist Frank. Mit dem könnt ihr auch ruhig mal reden. Kann nämlich sein, dass er später noch wichtig wird. Ich wusste nicht, dass du in Night City bist. Wie geht's dir? Ja, du weißt ja, wie es ist. Vor einer Woche war ich noch in Kapstadt. Hab gehört, du bist jetzt bei der Spionageabwehr. Muss stressig für euch sein, nach dem Mist in Frankfurt. Jenkins ist dein Chef, oder? Ist er so, wie alle sagen? Was sagen die Leute denn über Jenkins? Dass er effizient ist. Wie jeder Psychopath. Hab gehört, er ist pro Kurzem etwas durchgedreht? Hey, er hat es nicht leicht. Die Direktorin sollte seine Beförderung durchwinken, als die Japaner angekommen sind. Stattdessen hat sie einen Hintergang. Erzähl mir von der Sache in Kapstadt. Operation Cargo. Schon davon gehört? Bewaffnung lokaler Konflikte in Afrika? Da warst du involviert? So ist es. Wir haben Kisten voller Gewehre in den Ozean geworfen. Sie mussten sie mit geborgenen Booten rausfischen. Immer dasselbe. Aber hey, so gewinnt man Kriege. Hör zu, tut mir leid, aber ich hab's eilig. Wir reden ein andermal, okay? Klar, okay. Schön, dich wiederzusehen. So, optionale Mission dauert wirklich nicht lange. Kann man mal eben auch abschließen. Die lästern schon schön über mich, wie das halt so ist im großen Konzern. Bitte betreten Sie den Vorraum. Die Konzerne, der Konzernerprolog empfand ich als sehr kurz, muss ich sagen, im Vergleich zu den anderen Spielen. Aber es kann vielleicht auch sein, dass der mich einfach am meisten gereizt hat, schon von vorn rein. Ihr könnt denen jetzt ein bisschen zuhören, um zu verstehen, worum es geht. Aber ihr müsst das nicht wirklich machen. Das wird eigentlich relativ schnell klar, wenn ihr euch hingesetzt habt. Auch diese Szene kennt man schon aus den Trailern. Hoch war das, was war mit dem Bild. Normalerweise gibt es einen Kurzschluss und es ist quasi ein Mord an der Europäischen Kommission. Meine Anweisung war, das Problem zu lösen, nicht den Europäischen Weltraumrat abzuschlachten. Die Vertuschung wird ein Vermögen kosten. Wir hätten die Lizenz verloren. Jetzt haben wir eine Woche gewonnen. Das ist gut. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Keine halben Sachen. Typisch Jenkins. Wir sind mit dem Thema noch nicht fertig. Ich hasse diese Schlampe. Schon immer. Er liebt sie. Und jetzt hält sie mir eine Waffe an die Schläfe, damit ich nichts Dummes tue. Aber den Abzug drückt sie nicht. Sie braucht mich. Ich erledige die Arbeit, zu der sie nicht den Mumm hat. Miststück. Also hier ist irgendwas schief gegangen. Normalerweise sieht das ein bisschen detaillierter aus. Was würdest du an meiner Stelle tun? Ganz ehrlich? Bitte. Viel kannst du da nicht machen. Sie hat den Night City Vorstand auf ihrer Seite. Wenn sie dich weg haben will... Tja. Sieht aus, als säen wir das ähnlich. Nimm das. Das habe ich die letzten Wochen gesammelt. Biometrik. Trauma-Team-Karte. Namen nahestehender Menschen. Fahrer. Sicherheitschef. Liebhaberin. Mann der Liebhaberin. Alles. Nimm die Infos und sorg dafür, dass Ebenefi kein Problem mehr darstellt. Du hast es selbst gesagt. Sie lässt mir keine Wahl. Wenn jemand erfährt, dass wir nur darüber geredet haben, gehe ich mit dir unter. Richtig. Jeder weiß, dass du es nur mit meiner Hilfe soweit geschafft hast. Niemand würde dir glauben, dass du nichts gewusst hast. Und was passiert, wenn ich mich weigere? Frag nicht sowas Dummes. Das ist keine Bitte, wie. Ich denke, wir verstehen uns. Und nimm das hier. Verwende nur dieses Geld. Und finde die Richtigen für den Job. Keine Konzernleute. Was die Kernaufgabe angeht, nimm jemanden, den du sehr gut kennst. Klar? Ja. Ich habe schon verstanden. Gut. Ich erwarte deinen Bericht. Und viel Glück bei der Sache. Mein AV wartet draußen. Du kannst ihn benutzen. Enttäusch mich nicht. Ich erwöhne euch nicht so sehr an das Geld. Ähm. Was ich hier tun könnte. Und das ist eigentlich ganz spannend. Äh. Die hätten gestern schon fertig sein sollen. Ich weiß. Aber jetzt habe ich sie ja. Schick sie zu mir. Das wird ein Nachspiel haben. Wir zwei reden später. Was ich hier schon mal tun könnte, ist in V's Büro zu gehen. Alles okay? Wie läuft's in der Schlangengrube? Schlangengrube. Das ist noch milder ausgedrückt. Hast du Ärger? Noch nicht. Fürs Erste brauche ich jemanden, dem ich traue. Das klingt eher nach einem Jahr. Wir treffen uns in einer Stunde im Lissis. So. Wie ihr natürlich mitbekommen habt, ähm, geht's gleich ins Lissis. Ihr könnt euch aber erstmal in euren PC setzen und einiges durchforsten. Wir haben hier Nachrichten. Äh. Sehr interessant. Wir haben hier diese Schublade mit The Witcher 3. Und, ähm, einen kognitiven Booster, den wir aber nicht aufheben, sondern direkt benutzen können. Hilft uns natürlich beim Nachrichtenlesen. Ähm, und wir haben eine Trauma-Team-Insurance-Card. Die können, sind natürlich auch immer, äh, nicht schlecht, ähm, nicht zu gebrauchen, aber gesehen zu haben. Einfach, weil unser Charakter dann ein viel, naja, viel mehr Möglichkeiten hat. Äh, und wir wissen, dass er die Kenntnisse hat, die wir jetzt auch haben als Spieler. Äh, genau. Dann könnt ihr, wie ihr wollt. Also, ihr könnt, äh, hier so ein bisschen den PC benutzen. Ihr könnt euch die Nachrichten anschauen. Sicherlich nicht schlecht. Ihr könnt euch die Daten angucken. Ähm. Und ihr könnt auch ein bisschen durchs Internet browsen, wobei ihr hier nichts anklicken könnt. Und dann geht's auch schon weiter zu dem AV. Und wie man es nicht anders von, äh, Sarka erwarten könnte, ist hier alles wirklich sehr stylisch. Und, äh, auch der AV sieht sehr, sehr gut aus und bietet euch gleich ganz coole Getränke. Ihr könnt, wie gesagt, auch ein bisschen mit den Leuten plaudern, mehr in die Welt einblicken, als ich das hier tun werde. Ähm, ja, die Schlangengrube. Kann man nicht anders sagen. Da ist er. Der AV. Natürlich mit Sekt. Zeig mir die Bezirksanalyse. Und dann nehmen wir uns natürlich einen Drink. Wenn ihr keinen Drink nehmt, äh, ändert sich nicht sehr viel. Außer, dass eure, ähm, visuelle Wahrnehmung dann nicht ganz so blurry ist. Ähm. Ansonsten könnt ihr auch so die Stadt sehen. Ihr fliegt jetzt ein bisschen durch Night City und schaut euch an, wie schön das ist. reich zu sein und ein bisschen über die Lüfte von Arakasa zu fliegen, Arasaka zu fliegen. Hier sind die N54 News mit einer Eilmeldung für Sie. Eine Konferenz des Europäischen Weltraums. Da sind auch schon die Nachrichten. Wir sind plötzlich durch einen Fehler im Neuralstabilisationssystem unterbrochen. Fünf Mitglieder des Europäischen Weltraumrats sind tot. Drei weitere in kritischem Zustand. Nach einer möglichen Erklärung für den schockierenden Vorfall wird noch gesucht. Die Ratsmitglieder benutzen alle von Biotechniker zur Verfügung gestellte Geräte. Der Konzern hat doch keine Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben. Unser Reporter ist vor Ort. Wir bringen Ihnen die neuesten Entwicklungen in Echtzeit. Bleiben Sie dran für die neuesten... Wir haben auch einen Live-Coach. Hallo, wie? Ja, wir hatten noch erst Ende der Woche einen Termin. Quantified Satori hat eine Benachrichtigung über eine leicht beunruhigende biometrische Messung erhalten. Bei dir alles in Ordnung? Ja, ja, ich würde sagen, wir machen uns nicht auffällig. Denk an unsere letzte Sitzung. Die neuromotorischen Entspannungsübungen. Dreimal täglich. Das wird dir helfen. Glaub mir. Sicher, okay. Wir sehen uns. Oh. Da ist das Zeichen für das Lizzie. Da sehen wir auch schon direkt den Basketballplatz, auf dem wir gleich landen werden. Ja, dann lasst uns mal los. Auch die Szene kennt ihr vielleicht aus dem Trailer. Aber ist auch einfach schön, die dann nochmal in echt zu erleben. Äh, ja, auch hier, äh, ich werde jetzt sofort die Mission machen, aber ihr könnt euch auch gerne hier ein bisschen austoben und euch die Gegend angucken. Mit den NPCs reden. Ich meine, genießt die Zeit als Arasaka-Mitglied. Außerdem seid ihr direkt im VIP-Bereich und habt im Lizzie auf so ziemlich jeden Gang Zugriff. Deswegen auch hier, schaut euch das doch einfach mal an und, ähm, genießt es, noch ein Mitglied der Arasaka-Familie zu sein. Denn es ist relativ schnell vorbei. Äh, hier, bitte verlauft euch hier nicht. Ihr müsst nämlich auf die Tanzfläche drauf. Ihr hättet jetzt auch einfach von da oben runterspringen können. Dann tut ihr euch auch nicht weh. Dann landet ihr nämlich auch genau hier. Ähm, und redet mit Jackie. Kommst nicht oft her, oder? Schön, dich zu sehen. Ich glaub, das sieht ein ganz... Ne, kann das nicht. Ach, schön, dich zu sehen, Jack. Wie geht's dir? Valentinos und Maelstrom liegen ständig im Clinch. Es gibt eine Menge Eddies zu holen, wenn man sich nicht umbringen lässt. Du weißt ja, wie sich. Kann mich nicht beklagen, aber hier geht's nicht um mich. Erzähl mir von deinem kleinen Problem. Datensplatter, nimm ihn. Was meinst du? Das wird nicht billig und braucht einen guten Plan. Keine Spuren. Nur harte Eddies. Ich hab das Geld. Ist ein Job für ne Crew. Ein Techie, vielleicht auch zwei. Runner mit Gold im Schädel. Fahrer mit richtig schneller Karre. Und natürlich ein Solo. Mhm. Genau der fehlt mir. Und dafür brauchst du mich. Ich soll die Frau für dich kalt machen. Heikle Sache, ich weiß. Deshalb brauch ich jemanden, dem ich vertraue. Das ist keine heikle Sache, Hermanna. Das ist ein Auftragsmord. Ganz einfach. Du weißt doch, wie Arasaka arbeitet. Okay, vielleicht auch nicht. Das ist kein simpler Gefallen, den ich einfach so ablehnen kann. Aber ich und das solltest du auch tun. Und jetzt betreten wir uns und reden über das Leben. Gracias, Mamita. Doppelte Tequila mit Grenadine und Limetenschaft. Das Beste gegen blanke Nerven. Na gut, das lehnen wir nicht ab. Will das ein Toast sein? Was bedeutet das überhaupt? Du hebst das Glas auf deine Mama. Deine Hermanna. Auf die Mamacita, der Bar. Nicht das hier. Das bedeutet doch nicht. Auf das hier. Dieser Job und all der Konzern-Scheiß. Weißt du, was das ist? Im Pacto con el Diablo. Sag ich schon immer. Deine Seele gehört dem Arasaka-Teufel. Heute wollen sie, dass du jemanden umnietest. Und morgen lassen sie dich abknallen. So sind die Regeln, Jack. Wer nach oben will, muss sich eben richtig reinhängen. Ja, du bist aber nicht oben, sondern Shaburo Arasaka. Du bist nur die Bendeja, die ihn dort hält. Arbeite für dich. Lebe für dich. Ist der einzige Weg. Ah, das sind sie schon. Aber vorerst bleib ich wohl greifbar. Das wirst du immer sagen. Immer. Hey, was wird das? Gibt's ein Problem? Wie? Ist das korrekt? Hat Jenkins euch geschickt? Ich glaube, wir kennen uns nicht. Korrekt. Aber wir kennen dich sehr gut. Jenkins hat dir heute etwas aufgetragen. Und du wirst uns alles darüber sagen. Wie waren Name und Abteilung? Hab ich beim ersten Mal nicht richtig verstanden. Fuck. Tschüss, Geld. Wir können dem leider nicht entgehen. Die Daten sind auf dem Splitter. Gute Entscheidung. Was ist das? Mit den Formalitäten, ja. Aber ich glaube, Evernathy würde uns mehr zahlen, wenn wir dich ganz loswerden. Aufstehen! Du kommst mit uns mit! Komm schon los! Ja, ja. Es bitteln. Ich glaube, ihr habt vergessen, wie weit ihr von zu Hause weg seid. Ihr Gegend ist nicht so euer Stil, oder? Seid ihr ungesund für euch? Klaro. Wenn ihr schießt, schießen wir vielleicht auch. Und ehe wir uns versehen, ist vielleicht einer tot. Wir haben, was wir wollten. Das reicht fürs Erste. Oh, das war knapp. Wie, holen Sie die T-Gala? Wie? Alles klar? Wie fühlst du dich? Ich fühl mich richtig gut. Ich kann nicht atmen. Oder Hilfe? Nein. Nur der Entzug. Oder so. Die haben mir Hormonregler, Iomon und Sat-Analyse abgedreht. Muss ich meinen Körper erst mal darauf einstellen. Hey. Hey. Soll ich dich zu einem Ripper bringen? Oder ist vielleicht Traumateam schon unterwegs? Gib mir eine Minute. Ich bin gleich soweit. Das... Das war's, Jack. Mein Leben ist weg. Alles dahin. Ich würde sagen, ich würde sagen, du hast es wieder. Du konntest nicht Nein zu Ihnen sagen. Also haben Sie es getan. Das wird dir guttun. Du wirst sehen. Und damit habt ihr den Prolog vom Arasaka. Bestanden. Ihr seid raus aus der Firma. Und reine Night City. Viel Spaß. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Hallo, Night City. Stanley hier. Und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil die Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Whalen Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst. Wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume.